Ich muss mal sagen, wenn ich jetzt wieder... Ich hab zwar Vertrauen in meinen Waffentipps. Die SCAR ohne Visier ist auch richtig geil. Die SCAR, die hab ich wirklich mal gespielt, man. Ohne ist richtig geil. Ohne, ja. Ich hab die SCAR mal... Ich hab wirklich mal gespielt, aber ich dann auch relativ schnell wieder rausgenommen. Genau wie die AN-94. Ja, hingestellt hab ich mir auch schon gemacht. Die ist richtig... Also das ist wirklich der letzte Schrott. Naja, damals war ich nur ein Amateur. Naja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist ja... Die Zeiten sind vorbei. Kannst du ja gar nicht rumschreiben. Ich hab die raus, ey. Ich hab die raus, ey. Wow, One-Shot hier, der Bastard. Einer liegt da noch K.O. Cremig. Ist immer nur einer hier war. Äh, hier im Haus. Hier. Hier. Ist nicht dein Ernst, ey. mit dieser Blend-Scheiße schon wieder. Ach Gott. Ist einer verfahren. Oh, okay. Ich blick ihn mal durch. Oben. Oben. Unten. Granaten. Kann ich da den Mixer? Ganz unten am Shop ist einer. Nein. Er holt mich und ich hol ihn. Oh, der ist auch so gut. Oh, der ist auch so gut. Oh, der ist auch so gut. Okay, Cola haben wir auch. Ah, der ist auch hier am Main. Opa OTS Wer hat in einer Plade noch? Wo wollen wir hin? Hier laden welche Wollen wir da mal gucken? Wo? Wo? Wo war die Feiten da? Äh, Greenhouse auch Und jetzt Headquarter rein Ja, der stand an der Ecke schon beim Wollenhaus, komm zu euch Oben ist noch einer Hier im Haus One-Shot Zwei Leute Zwei Leute Nein, One-Shot Scheiße Man, den einen hatte ich und der andere Ah Jetzt bleibt er den wieder Ach ne, ey, die Ars mal fällt mir für mich Was ich mal rausnehmen Mann, diese scheiß Wildern Du hast ja vorhin schon dran Ja, okay Das ist doch ein Gegenteil von der Grau Ach du scheiße, mein Aims auch Was ist denn mit dem Hier ist einer Komm da rechts den Weg hoch, bestimmt Pascal Na, Ferien Hier mal den Drop-Aim Die anderen gehen ins Haus Da waren da viele, ey Im Keller und? Ehen nur Schild, wir kennen andere Schildbräcke Im Keller und im anderen Haus Ich habe hier drei Leute geholt, ey Wofür kommt jetzt einer? Und? 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 Ja, genau Wo haben wir noch ein Dach? Oh, scheiße Es wird von oben Ja, genau Ich muss die Henlinge sein Von Nova Ja 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 jetzt aber hier ist ja schon oft dumme man wo über der kommt runter kommt um die ecke jetzt jetzt kommt die zone auf wie schnell ist in die zone mann mei pass auf die kommen sind hier oben schon Direkt am Loadout steht er Ah genau, die Tür solltest du nicht aufstoßen, ey, du Vollidiot Hat er euch einen Schock? Nein, nein Warte mal, hier ist ein Gegner, pass auf Zu gierig In ihrem Haus Ach, wie was läuft der noch? Ja, wo hat schon gesagt, oder wo wollte er mich sagen? Mama, Mama Boden, ich bin oben drin, ne? Äh, unteres Etagen-Dinger Keine Wachen, nix Von und shop Warte mal, ich hol die mit, warte mit Gasmasken hier Ich glaube, die waren schon, die haben mich verfolgt Jetzt mal weg und gucken, ob ich hinten noch einen Drop ziehen kann Alter ich gar nichts mehr gehabt das war ja ja der ist mir direkt in der arme gerannt hier drei leute sind dabei habe das war noch mal ein job geholt hier krass kommt man von hier und das hat total viel kohle von hier ist noch eine box nämlich immer geist eine platte bräuchte ich nur hat volle platten kannst du welche kaufen ich habe hier vier hingelegt durch tunnel unten oder ist nicht eine seite das ist doch noch mal klicken selbst wir müssen jetzt ein bisschen hoffen dass die zone zu uns kommen kommt von hinten rechts könnte man auch noch nehmen zur not ich habe keine platte ich auch nicht keine ahnung ich verraschen und 40 meter vor mir die kommen jetzt da muss der typen ist ja uns ist einer drinnen 50 meter links ist der links 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 außen an der zone schon 50 meter aber die grau ist wirklich gut war kann man so spielen hast du ja schon mal gesagt ich hatte die jetzt vom boden aufgenommen ja vielleicht nehme ich dir immer wieder mit das muss schon ziemlich gut könnte sein auf jeden fall ziemlich oben dabei so was spiele ich jetzt